So richtig Freude macht das aktuell nicht, dem zuzugucken, was hier an der Börse passiert. Der DAX aktuell ein bisschen weiter nach unten gelaufen, aber völlig ohne Druck. Und man hat fast den Eindruck, das sieht doch tatsächlich nochmal korrektiv aus. Also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich jetzt eigentlich Folgendes erwarten, dass das hier eher eine Korrektivbewegung ist und der Kurs im Anschluss dessen nochmal wieder nach oben geht, also auch dieses Hoch nochmal überschreitet. Warum sehe ich das so? Man sieht es im 4-Stunden-Chart so ein bisschen. Wir hatten hier so einen ersten, dann hatten wir hier so eine Pause, hier wieder, wieder Pause. Und ihr wisst ja, ich mag diese Fünffälligkeit. Im Großen beispielsweise das, Pause, das, Pause und jetzt das. Also diese Fünffälligkeit oder noch größer das, Pause, das, Pause und jetzt das. Diese Fünffälligkeit ist durchaus nicht so selten an der Börse und dementsprechend eigentlich ein ganz gutes Indiz. Und da wir, wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart, den Druck noch nicht aufbauen, also von wegen, wir müssen jetzt zwingend nach unten, wären Trigger auf der Oberseite eine Möglichkeit, hier sich nochmal auf der Longseite zu positionieren. Dafür würde ich mir eigentlich wünschen, er geht noch ein bisschen tiefer, dass wir wirklich weiterhin fallende Hochs haben, fallende Tiefs haben. Das mag ich immer ganz gerne. Dann ist das nämlich die Abwärtsbewegung und die Schwache. Und dann wären das hier die Hochs für die Aufwärtsseite, nochmal namentlich. Das liegt dann ungefähr als Trigger bei 15.300, lasse 70 sein in etwa, auf den Index jetzt hier gesehen. Das wären mögliche Trigger hier für die Longseite. Das könnte ich mir schon vorstellen, um dann nochmal einen letzten Anstieg zu bekommen, der nochmal da drüber geht, 15.520. Es wäre zumindest mal systemkonform, das muss nicht immer so perfekt sein, aber es ist nun mal sehr häufig so und deshalb für mich eine Orientierung, in welche Richtung ich vorzüglich lieber unterwegs sein will. Also DAX sieht noch nicht nach Short richtig aus, vielleicht noch in den Endzügen in der Aufwärtsrichtung und anschließend dann mit guter Chance die 14.000 nochmal zu unterschreiten, aber das ist eine andere Story, wird wohl heute Nachmittag nicht das Thema werden. Allerdings, wenn der Kurs sagt, Rüdiger, ein schöner Plan, aber wir durchstoßen das nicht mehr, im Gegenteil, wir beschleunigen uns nach unten. Naja, da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob man nicht lieber wackelige Aufwärtsbewegungen, wenn man welche sieht, für die Abwärtsseite entsprechend nutzt. Dieses Wissen können wir auch in Amerika anwenden, denn wir hatten uns das angeguckt, da hat sich jetzt viel nicht ergeben. Ihr seht, ich zoome schon mal ein bisschen raus. Da sieht ja in alle Richtungen irgendwie doof aus. So richtig spannend, zumindest mal nicht. Auch diese letzte Abwärtsbewegung mit Gegenbewegung, Gegenbewegung, so halbwegs überschneidend. Also ich werde aus der Geschichte aktuell nicht schlau. Im Großen rechne ich nach wie vor mit guten Chancen auf 32.000. Ob es davor nochmal ein bisschen hoch geht oder nicht, ja, vorstellen kann ich mir das ohne weiteres. Aber so richtig traden weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das finde ich im Moment sehr unausgeprägt, um da jetzt mich irgendwie festlegen zu wollen. Gefällt mir nicht so sehr das aktuelle Bild, was wir da haben. Das könnte nochmal anders werden, aber wenn ich ehrlich bin, nö. Also ich mache mal gar nicht jetzt hier groß könnte, hetze, tetzte. Ich finde es doof und das ist etwas, wo ich lieber zum Zugucker werde und nicht unbedingt mitmache. Gucken wir mal, ob es bei den anderen vielleicht besser ist. Der S&P, auch hier, ihr seht, ich zoome so ein bisschen rein und raus. Machen wir mal 5 Minuten Chart. Das ist das Hoch zur Orientierung, 3. Februar hier. Seitdem ist es ja schon ordentlich runtergegangen. Also abwärts, ja, zumindest mal hier so eine Gegenbewegung. Das kann man durchaus als wackelige Aufwärts oder korrektive Aufwärtsbewegung in irgendeiner Form hier auffassen. Also jetzt Shorten. Persönlich mag ich nicht gerne auf den tiefsten Punkten und die Abwärtsbewegung hat quasi, also die Abwärtsbewegung, die ja hier losgegangen war, hat hier den tiefsten Punkt. Also könnte man sagen, ja, wenn er das durchstößt, Short. Ja, das ist schon möglich, aber das sind meistens Punkte, die nicht so lohnenswert sind, weil die Chance-Risiko-Verhältnisse da nicht mehr so richtig toll aussehen. Und das ist der Grund, warum ich sage, wenn ich nicht muss, nicht an der Stelle unbedingt Shorten. Lieber, wenn der Kurs zwischenhochs oder tiefs bricht. Ja, haben wir denn hier was? Wenn ich ehrlich bin, auch nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Ich tue mich hier im Moment schwer. Ein mögliches Zwischentief wäre hier gewesen. Aber wir haben ja häufig darüber gesprochen, es ist halt nicht die erste Abwärtsbewegung. Auch das war nicht die erste. Das heißt, wir wissen nicht, wie tief es dann noch weiter geht. Also das ist alles noch sehr offen. Ich tue mich im Moment schwer. Also wenn ich nach meinen Gesichtspunkten hier rangehe, das heißt, die Marktteilnehmer sind auf der Aufwärtsseite schwach und trauen sich nicht, sind aber auf der Abwärtsseite auch noch nicht so richtig willig. Und dementsprechend mich hier jetzt zu positionieren, da tue ich mich schwer. Mir wird es leichter fallen und vielleicht ergibt sich das in den nächsten Tagen, wohl nicht heute Nachmittag, wenn wir diese Bewegung irgendwann mal in die richtige Korrektur dann gehen sehen, dann das nochmal zu handeln. Also sowas, da freue ich mich drauf. Aber aus aktueller Sicht 5-Minuten-Chart, so ein bisschen Intraday gezuckelt, ich weiß es nicht. Ich finde das doof. Das kann sich sehr schnell ändern. Wie müsste das aussehen, wenn wir beispielsweise irgendwann jetzt von wo auch immer, machen wir mal von hier, der Kurs eiert noch ein bisschen rum und dann macht er irgendwann mal so eine Bewegung. Dann ist das wieder sehr auffällig. Und es ist die erste Bewegung, also die erste Aufwärtsbewegung, weil der Kurs kam vorher von oben runter. Das heißt, das wäre der erste Anstieg und wenn es danach korrektiv so ungefähr in die Mitte dieser Zone wieder zurückgeht, ihr erinnert euch an die blaue Kiste, die male ich euch jetzt hier nicht auf, also zumindest nicht genau gemessen, aber so ungefähr die Mitte, wenn der Kurs da rein korrigiert, dann wäre diese Korrektur hinreichend groß gemessen an dieser Geschichte hier und meine Erwartungshaltung, dass wenn wir, die richtige Taste drücken, wenn wir dieses Zwischenhoch überschreiten, dann tatsächlich das nochmal nach oben sehen, das wiederum wird ein Trade. Also man kann jetzt nicht sagen, nö, heute wird das den ganzen Tag nichts. Für die Intraday Trader heißt es also ein bisschen das Auge auf dem Chart lassen. Das kann durchaus sein, dass sich das nachher so noch ergibt, aber wichtig ist, das alleine reicht nicht. Wir sehen das hier vorne, da ging es auch relativ steil hoch. Es muss auch dreiwellig runtergehen und dann idealerweise triggern, irgendwo, damit es ordentlich aussieht. Dann haben wir die besten Chancen. Hier war das so ein bisschen Pseudomäßig. Unter Umständen wäre man hier vielleicht in das Licht geführt worden, hat gesagt, ah, das wäre doch ein Einstieg. Na gut, dann hat man dieses kleine Stück verloren. Also ich möchte gerade für die Neueren, die das Ganze anhören, die dann sagen, ja, aber das klappt doch gar nicht immer. Stellt euch vor, ihr hättet jetzt gesagt, dieser Anstieg, das ist jetzt ein schöner Impuls da hoch. Ja, kann ja durchaus sein. Ganz schlecht sah es ja gar nicht aus. Unter Umständen hätte man sogar vielleicht so auffassen können. Und jetzt ist das hier runter, zugegeben, sehr steil. Manche von euch wissen, ich zeichne dann gerne noch so ein bisschen den Vergleich, wie steil ist das? Aber es ist jetzt nicht hier Katastrophe. Wir sind hier unten rein und wenn man jetzt hier long gegangen wäre, aber das hätte doch nicht geklappt. Ja, richtig. Ihr seht, das klappt nicht immer. Aber das Risiko wäre in dem Fall, wir bräuchten ja nicht behalten, wenn der Kurs da durchgeht. Sprich maximal jetzt diese Entfernung oder sogar die 78er, dann wäre es sogar noch ein bisschen weniger als das, also vielleicht ungefähr das. Aber wenn der Kurs dann nach oben gelaufen wäre, dann wäre die Gewinnseite diese gewesen. Und das ist der Charme dieser Idee, dass wenn es nicht funktioniert, hat man einen vergleichsweise kleinen Verlust. Und wenn es gut geht, dann hat man einen vergleichsweise großen Gewinn in dieser Geschichte. Und das wird häufig genug gut gehen, als dass man nachher sagen kann, wenn ich das regelmäßig mache, es bleibt was dabei übrig. Und zwar auf der Gewinnseite und nicht zwingend auf der Verlustseite. Einzelne Trades allerdings können natürlich auch mal falsch laufen. Das will ich ganz wichtig immer wieder betonen. Nicht, dass man nachher sagt, jetzt habe ich es schon zweimal gemacht, beide Mal gingen nicht gut. Ja, es kann auch viermal hintereinander passieren. Aber das ist ein Traden, sage ich immer, ist ein Massenphänomen. Man muss es gucken, dass man es auf die Masse macht und nicht den einzelnen Trade. Denn wir wissen im Einzelnen nie, was passiert. Aber wenn wir uns an die typischen Verhaltensmaßnahmen da halten, dann ist die Chance, dass wir im Regelfall, zumindest mal im Durchschnitt, dann positiv sind, relativ groß. Der Nasdaq, ihr seht es hier. Ja, sagt ihr mal was dazu. Na, 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 ganz klar aufwärts, ganz klar abwärts. Also hier in diesem Teilstück kann man nichts richtig erkennen. Das sieht einfach nur krummbuckelig aus. Da muss ich gestehen, da tue ich mich unheimlich schwer. Insgesamt sind wir noch in einer Abwärtsbewegung, die allerdings auch mit diesen Überschneidungen mehr korrektiv aussieht. Also latent habe ich die Versuchung, eher die Longseite zu präferieren. Die Longseite zu handeln habe ich im Moment überhaupt keine Versuchung, denn seit den Tiefs, die wir hier haben, ist das nur rumgezuckelt gewesen. Ne, das können wir uns sparen vorläufig. Also die Aufwärtsseite finde ich, wie gesagt, latent besser, wenn ich die Abwärtsseite angucke, aber nicht zur Umsetzung aktuell. Vielleicht also mal Zeit, etwas anderes anzugucken, einen anderen Markt anzugucken. Das ist dann eure Aufgabe, jetzt mal selber da zu schauen, einzelne Aktien beispielsweise, Währungen mal anzuschauen, vielleicht mal zu schauen, was Gold, Öl oder irgendein anderer Rohstoff macht, je nachdem, was euch da interessiert. Vielleicht ist da das eine oder andere dabei in dem Lieblingszeitrahmen, den ihr euch betrachtet. Das ist für mich so ein typisches Ding. Machen wir Pause und genau das machen wir zumindest mit diesem Video an dieser Stelle. Euch jetzt erstmal alles Gute. Liebe Grüße. Der musste noch mit drauf. Das war der Tusch zum Schluss. Oje, aber jetzt wirklich Feierabend.